Ein Professor besucht den Meister. Da spricht und spricht der Professor über alles, was er über Zen weiß, will diskutieren. Der Meister steht auf und holt eine Kanne Tee. Er gießt Tee in die Tasse seines Besuchers, mehr und mehr. Der Tee läuft links und rechts die Tasse herunter, füllt die Untertasse, überschwemmt auch diese, da kann der Professor nicht weiter an sich halten. Was tust du da? Es ist längst mehr als voll, da passt doch nichts mehr rein. Wie diese Tasse, sagt der Meister, bist du überfüllt von deinen Meinungen und Spekulationen. Wie soll ich dir Zen zeigen, wenn du nicht zuerst deine Tasse leer machst?